ja ich war gerade sowieso zuhause ich werde mich jetzt zum wassertempel verpieseln kannst kannst ja gerne mitkommen immer noch ein problem welches hashtag blaze kann rauskommen kurz wasser kann aber nicht mehr sein mittlerweile also ich sag mal so dies waren eigentlich nicht natürlich in der umgebung ist mir schon klar aber rauskommen dürfen sie mittlerweile auch nicht mehr die steht neben mir und das ist definitiv weit weg draußen von der mobfarm und facke dir alles an der feiertick ist ja aus sonst müsste der delphine ist lebensmüder sonst müsste justin seine baume komplett brennen schießt mit pfeil und bogen ab wir haben noch genug pfeile ich habe aber keinen mit dann gehst du schnell die mobfarm rein stehst direkt daneben denke ich mal und ich hoffe ich fahre jetzt richtig zum wassertempel der wassertempel war richtung nordwest jedenfalls der den wir hatten das unter wasser hier brauche ich unter wasser nicht mehr gucken da wird schon alles gelootet sein oder in der delphine war auch leben und drei zwei dingsbums lampen hier hier war zwar schon jemand aber ich will die lampen haben was willst du von mir was willst du hier haut ab ich will da ich will nur die lampen haben mehr nicht ich könnte wenigstens meine schale dabei haben schweine backen so habe ich wieder zwei weitere lampen muss ich wohl doch nicht so weit fahren in die richtung muss ich da habe ich jetzt schon drei ja drei habe ich schon da ist der tempel hatten schon gefunden habe ich meine ich habe meine tür dabei das ist sehr nice das habe ich das habe ich das habe ich mein werkzeug ganz kurz hoch und die milch einmal hier runterholen so es schwimmen gerade auch keine viecher draußen rum dann hast du glück ich möchte das boot trotzdem ein bisschen weiter an sicherheit bringen hier schon wieder ein unterwasserfrack so 321 geronimo das ist schon der erste und da habe ich die erste abbau lehung nice ist direkt einer drinnen und da habe ich die erste abbau lehung ja komm ich weiß ich brauch luft so läuer sich jetzt erst dass die mich hier anvisiert haben Oh Mann, ich habe nichts zu essen dabei. Schön, ich habe noch 10 Herzen. Ich habe jetzt 4 mit der AIM 5, ich brauche noch 3 und tschüss und tschüss. Ah, komm runter hier. So. Und die nächste Abbaulebung, schön. Ähm, machen wir das jetzt so. Ich brauche nur noch 3 Stück. Alter. Nein. Nein. Scheißdreck, verdammter. Auf jeden Fall Essen. Ähm, ja, die Dia Rüstung hiermit. Ich habe noch ein Schwert, das will ich nicht benutzen. Ähm, Blöcke. Hier, komm, wir haben so viel Dirt. Äh, Gold Abel. Nehmen wir ihn mit. Ich brauche noch eine Picke, die ich nicht besitze. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und die Extraherzen wiederholen. So. Scheiße. Oh Mann. Jetzt sitzen mittlerweile 2 Creeper im Boot, alles klar. Und darum, da lang bin ich gefahren. 15 Minuten haben wir Zeit. Ich hätte vielleicht noch ein paar Türen mehr mitnehmen sollen. Ehm, fahre ich jetzt richtig? doch müsste er ja da ist er dann hole ich mir noch ganz schnell ein paar türen Das kann ja so nicht angehen. So das waren jetzt 3 Türen und das müssten 6 sein. Mal gucken. 6, wieviel haben wir den Lock noch? Naja machen wir 2, dann müssen wir 12 Türen haben. Uff, bin ich mal gespannt. Oh lol, die ist über was? Ach du Heimatland! Nein! 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 So... Das Vieh sollte sich vielleicht mal verpieseln, damit ich an meine Kiste komme. So... 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 Ganz kurz hier alles reinhauen... So... Jetzt kann ich meine Tierrüstung wieder anziehen. Ich bin gerade gestorben im Übrigen. Im Wassertemper oder wo? Ja... Ich bin schon wieder hier... Aber das Zeug bekommen... Ja ja... Das war nicht mal 5 Minuten der Weg bis hierher. Ähm... der goldappel bleibt hier drin die milcheimer kommen mit und das kann erst einmal hier drin bleiben ich habe mir jetzt oben so eine kleine plattform gebaut da baue ich mich jetzt gleich ganz in ruhe nach unten da bin ich sogar mittig vom tempel da müsste dann auch der boss sein und wenn ich den raum trocken lege habe ich den boss gelegt wenn wenn das würdchen wenn ich wäre ein bisschen dreck brauche ich noch das brauche ich erst mal nicht machen wir das so damit das alles safe ist genau hau ab rechter gesagt als getan hier und es ist schon wieder ab und wieder abbaulebung Alter, geht das schnell. Hallo, was soll das? Oh ja, da ist der Boss. Da ist der Boss. Dann hole ich mir erst so schnell die Lampen. Die haben wir zu Vorrang. Ehe, Gute, Schatze. Eins, zwei, drei. Vier. Vier. Ja, oh shit. Jetzt bin ich genau da, wo ich nicht hin wollte. Puh. Ich bin wirklich gerade beim Boss unten drin. Oh, ich habe nur eine Milch. Dann hier. Ja, und das war's. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe keine Milch mehr. Aber ich habe meine Lampen, die ich will und brauche. Da komme ich erst einmal zurückgepümmelt. Da lasse ich die Kiste natürlich hier. Den Dreck und die Türen lasse ich hier. Die Blöcke kann ich auch erst einmal hier lassen. Die Eisenrüstung lasse ich hier. So, ich habe hier noch Dreckblöcke. Dann das auf die 2, das auf die 3, das auf die 4. Die Eier, die Eier mal hier rein. Den Goldappel werde ich jetzt zur Sicherheit gleich fressen. Damit ich hier wegfahren kann. Wo ist mein Boot? Da. Ja. Vier Herzensschaden machen die. Hm. Schon ganz ordentlich. Oh ja. So, aber ich habe die Lampen, die ich brauche. Das reicht mir. Jetzt brauche ich nur noch die Nautilus Schalen. Die werden halt richtig schwer werden zu bekommen. Ja. Dagegen die Abbaulähmung kann man sonst nichts unternehmen irgendwie. Man kann nur Milch trinken. Was sehst du, dann müsst ihr eigentlich dort hinfahren, Milcheimer hinbringen oder Milchflaschen. Wieder Häme gehen, die Nächsten holen, wieder dahin fahren, dass man sich mehrere Doppelkisten anlegt. Oder Kühe besorgen und die wirklich zur Plattform schleppen. Wäre machbar. Es ist eine kleine, ich weiss nicht ob das eine kleine Insel ist, eine große Insel, mit Wald dort. Also wir müssten Kühe spawnen, aber im Übrigen geh mal zwischen dir und Just in seinem Haus zum Wasser. Da ist ein Boot, da sitzen zwei Creeper drin, die machen Kruppenkuscheln. So, dann kann ich jetzt die Lampen schnell hier anbringen. Ach ne, ich habe immer noch Abbaulähmung. Für eine Minute zwanzig. Ist ja schon wieder hier. Ja. Das sind keine fünf Minuten Fahrweg. So, dann bin ich hier auch fertig. Dann kann ich das hier schnell machen. Und ja, keine Ahnung wo die Kohle hin ist. Ich glaube die habe ich dort gelassen oder weggeschmissen. Wollen wir mal gucken, wie sieht denn das aus. So, so, so und so. So, so und so. So, ja gut. Es könnte besser aussehen, muss ich ehrlich sein. Aber es hat trotzdem irgendwas. Ich werde die dann verbauen. Jetzt muss ich nur warten. Da rein damit. Da weiß ich schon wie ich das mache. Da kann ich sogar oben die Wände nochmal um einen Sticker bauen. Da weiß ich schon wie ich das mache. Das ist sogar etwas ordentlich aussieht. So, ich habe gesagt Milcheimer. So, hier machen wir nochmal noch einen. Das wird das nächste Projekt bei mir. Das Ding dort auseinander nehmen. So, ich werde Luft schnappen. Und weiter gehts. Oh nein. Nein. Ich habe die verbaut. Ich habe die Silke-Touch-Picke dabei. Das ist gut. Da unten fehlt er noch. So, dann haben wir das auch gemacht. Dann brauche ich die Kühe. Was ist denn hier mit dem Wald passiert? Halt sie noch ab. Keine Sorge. Boah. Alter, ich drehe mich um zum Wald. Und... Ja. Ich weiß. Und ich habe noch nicht mal genug. Na dann. Ich habe gerade mehrere Eimer voll Milch in dem Pack. Ich werde das Ding auseinander nehmen. Ne, das muss jetzt nicht sein. Die normale Picke kann ich hier lassen. Die Silke-Touch-Picke kann ich hier lassen. Die Fackeln lasse ich hier. Hat da eigentlich noch Goldöpfel. 13 Stück. Ähm. Die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Schaufel brauche ich. Die Axt hier brauche ich nicht. Mein Schwert brauche ich. Ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Slots frei. Und mit der Offhand 8. Und ich habe genau noch 8 Eimer. Läuft. Auch jetzt. Läuft. Würde aber hinten und vorne nichts nützen die Eimer. Weil ich direkt beim Boss bin. Aber ich werde da auf jeden Fall in der nächsten Folge noch mal hin Gorken. Ach, danke.